Ja, wahrscheinlich werden wir die Hauptquests einfach nicht machen. Wir machen einfach die Hauptquests nicht. Aber ich will jetzt hier wirklich die Nebenquests noch machen. Oh, verschlossen. Ja, und da ist schon der Schlüssel. Sorge dafür, dass dich keiner sieht. Die Leute reden schon. Deine geliebte B. Okay. Mein knuffiges Schätzchen. Mein Herz schmerzt. Aber ich kann mich nicht davon schleichen. So viel sind ins Dorf gekommen, dass man nicht mehr unbemerkt verschwinden kann. Ich habe meiner neugierigen Tante ein Märchen erzählt. Um nur für diesen kurzen Augenblick zu entkommen. Ich konnte etwas Silberbesteck unter meine Kleider schmuggeln. Aber am besten lasse ich es hier und kehre erst zurück, wenn sich der Anführer gelegt hat. Was? Wenn sich der Aufruhr gelegt hat. Bald haben wir genug, um unser neues Leben zu beginnen. Und zwar gemeinsam. Ich werde nach der Ausschau halten. Auf ewig dein B. B ist ein blöder Name. Was ist denn jetzt los? Die lyrischen Bauern kennen ein Sprichwort. Wenn man die Kuh festhauen tut, kriegt man statt Milch dann aber Blut. Junge Vieh hierherten, die diese Volksweisheit als Geschwätz abtun, sterben selten an Altersschwäche. Töte die wahnsinnige Kuh. Beschütze die übrigen Kühe. Setze die Fähigkeit eines Anführers ein. Okay. Töten wir die wahnsinnige Kuh, die alle anderen Kuh töten will. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Müssen wir mal schauen, was die Kuh für eine Fähigkeit hat. Zerstöre nach zwei Zügen zu Beginn des Zugs die schwächste Kuh. Sind es mehrere Füge, stattdessen nur einer davon einen Schaden zu. Ach so. Aha. Ich verstehe. Das verschafft mir ein bisschen Zeit. Trotzdem muss ich so schnell wie möglich Schaden raushauen. Spiele die oberste Blitzkarte aus deinem Deck. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Ich bin mir nicht sicher. Das ist schon, das ist schon viel, ne? Kompanie, vorwärts marsch! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich mach nicht genug Schaden. Schade, schade. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Aber... Das könnte funktionieren. Also. Müssen wir jetzt einfach ein bisschen rum experimentieren. Wieder und wieder und wieder. Genau. Wir müssen wieder und wieder und wieder experimentieren. Ach so, warte mal. Nee. Wer kommt zuerst? Rüstung wird Ihnen nicht helfen. Kann ich irgendwas machen? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Disziplin bringt uns den Sieg. Okay, das läuft immer genau gleich. Wir müssen nicht wissen, warum. Wir kommen genau gleiche Karten in der Reihenfolge. Ich gucke alle Kopien dieser Einheit herbei. Ich büge einen Schaden zu. Bringt mir aber alles nix. Ich hab noch die Anführerfähigkeit. Welche Anführerfähigkeit haben wir denn? Platziere eine Karte aus deinem Deck oben auf dem Deck. Das könnte wichtig sein. Ich muss mir mal mein Deck anschauen. Ja, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Das dürfte jetzt hoffentlich funktionieren, glaube ich. Wieder und wieder und wieder. Der Soll steht aus. Mal wieder. Schütze zu Diensten! Könnte knapp werden. Wir müssen einander vertrauen. Wir müssen aufstehen, aufeinander zugehen. Rüstung wird ihn nicht helfen. Einander vertrauen und die wilde Kuh verhauen. Sehr gut. Okay, die verrückte Kuh wurde besiegt. Hier ist die Hochzeit, von der ich gehört habe. Für die jemand so viel König... Honig gekauft hat, dass er sich jetzt zu Tode tanzt. Das muss dein Hochzeitsfest in einem Dorf in der Nähe der Straße sein. Da näherte sich der Brautvater Mewe und bat die Königin um ihren Segen für das Brautpaar. Mewe tat der Hochzeitsgesellschaft den Gefallen. Solcher Art ermutigt lud der Brautvater das königliche Gefolge zu den Festlichkeiten ein. Ihr würdet uns eine hohe Ehre erweisen, Majestät. Und eure Männer könnten sich stärken. Wir bitten euch, esst, trinkt, lasst es euch mit uns wohl sein. Ja, natürlich. Warum sollten wir nicht mitfeiern? Ich habe keine Tanzschuhe dabei. Werde es aber schaffen. Geht voran, guter Mann. So viel Zeit muss sein. Die Hochzeit wurde im Schatten einer riesigen Eiche gefeiert. Die Frischvermählten und ihre Gäste schritten in einer Prozession auf eine blumengeschmückte Scheune zu und feierten dort ein rauschendes Fest. Als Mewe ihre Bewaffneten unter den Bauern tanzen sah, war sie plötzlich stolz, ihre Königin zu sein. Plötzlich wurden Schreie laut. Bewaffnete stürmten heran. Ich wusste es. Dort ist sie! Schnappt sie euch! Ehe sie jemand aufhalten konnte, hatten die Banditen sich die Braut geschnappt und flohen mit ihr in die Wälder. Was? Während meine ganze Armida rumsteht? Die Flöten und Trommeln wichen einem Wutgeheul. Mit fahlem Gesicht wendete sich der Gastgeber an Mewe. Herrin, wir bitten euch, helft uns! Den Soldaten die Verfolgung befehlen. Dir soll geholfen werden, guter Mann, rief die Königin und schob die Füße in die Steigbügel. Mir nach! Hüa! Die Erde erbebte unter den Hufen und die Gläser, mit denen die Frischvermählten sich zur Mitternacht zuprosten sollten, klirrten vorschnell. Die Lyrier preschten in den finsteren Wald. Ach, muss ich den jetzt wirklich manuell hinterherlaufen? Na gut. Schauen wir mal. Aber ich brauche euer Holz und euer Holz. Und euer Gold. Und noch mehr Holz. Was ist denn mit dir? Meine Königin! Eure Untertanen sind verstört. Eine Kuh hat ein zweiköpfiges Kalt geboren. Ist ja nur ein ganz normales Brahmin. Ein Zeichen, das Krieg bevorsteht. Ihr könnt eine Priesterin von Melitele entsenden, um es zu bannen. Doch das hat seinen Preis. Ja meinetwegen. Wenn die unbedingt so auf Aberglaube stehen hier. Die Königin ist zurück. Wir müssen sie begrüßen. Tribut in der Hand. Ah, unsere Königin. Bildhübsch ist sie. Hochzeit. Ohne Hopfen. Ist wie Strudel. Ohne Topfen. Die Schwarzkittel sind im Anmarsch. Na und? Wir haben genug Missgabeln für sie alle. Die Schwarzkittel sind im Anmarsch. Na und? Wir haben genug Missgabeln. Ach, wie der Jungsein. Verliebt bis über beide Ohren. Ach, wie der Jungsein. Verliebt bis über beide Ohren. Hast du mitbekommen, was gerade passiert ist? Eure Hoheit. Fische haben ein seltsames Objekt aus dem Jahr Wiener gezogen. Sie behaupten, es wird eine Art magische Aura abgeben. Da sie keinen Nutzen dafür haben, sind sie bereit, sich für eine bescheidene Summe davon zu trennen. Hätte ich gerade noch die 100 Gold. Na, dann kriegen sie das. Mein letztes Geld. So, wo ist denn jetzt? Wo sind denn jetzt die Banditen mit der Braut? Mensch. Keine Ahnung. Na ja. Dann klaue ich euch noch das Gold und dann kann ich leider nichts mehr für euch tun. Tschööööö. Ich weiß wirklich nicht, wo die hin sind. Aha, da sind sie. Die lyrische Kavallerie hatte zwar den geistigen Getränken zugesprochen, doch sie konnte sich nicht nur im Sattel halten, sondern auch noch die Banditen einholen und ihnen den Weg abschneiden. Aber wird sie ihnen auch den Hals absteigen? Sonderregeln. Verkürzter Kampf verhindere, dass der Bedieten am Führer die rechte Seite der Reihe erreicht. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Jetzt muss ich mal schauen. Verschiebe diese Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges um eine Position nach rechts. Immer wenn diese Einheit Schaden erleidet, verschiebe sie um eine Position nach links. Ah ja, wenn sich diese Einheit ganz rechts in der Reihe befindet, ist Mewel besiegt. Also muss ich da einfach permanent Schaden machen. Aber die hat ganz viel Rüstung. Es kann also sein, dass das gar nicht zählt, solange die noch Rüstung hat. Ist das schon Schaden? Wahrscheinlich. Bin mir nicht sicher. Also. Die Karte brauchen wir nicht. Die könnte nützlich sein. Die Karte brauchen wir nicht. Für Rivien! Wir kriegen sie alle! Oder spielt auch noch Karten. Markiere eine Einheit? Oh, was, was, was? Markiere eine Einheit. Für die Zuge zu Beginn des Zuges einen Schaden zu benötigen. Die eine zerstört wird, markiere eine andere zufällig erst so. Okay, das ist nicht so schlimm. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Die Jagd läuft! Schütze zu Diensten! Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Verliert nicht den Kopf. Zielenkopf! Rüstung wird ihnen nicht helfen. Alles brennt. Okay, wartet mal. Wollen wir mal das so. Oh, das ist eigentlich sogar gut. Das könnte ich sogar zu meinem Vorteil nutzen, das Feuer. Lyrion! Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Nee, warte mal. Ich habe nicht gewonnen. Aber es ist gut. Eine Lektion in dem. Gleich geht's los. Ein Wollziehen. Mehr brauche ich nicht. Ah, cool. Das war das Glück. Das war Zutball. Aber gut, anders hätte es auch nicht mehr lange gedauert. So, dem haben wir es gezeigt. Mavis Männer besiegten die Banditen und befreiten die Braut, welche prompt vor Mave niederfiel und in Tränen ausbrach, die keine Freudentränen waren. Nicht weinen, Kind. Die Königin legte ihr den Arm auf die Schulter. Es ist vorbei. Du bist frei. Nein, Majestät. Es ist... Ich liebe ja nicht. Ich will ihn nicht heiraten. Mein Vater und meine Familie zwingen mich dazu. Mein Herz gehört Finbert. Und der hat diese Maske gerade arrangiert. Ich bitte euch, wenn ihr ein Herz habt, lasst uns gemeinsam und frei von ihr fortgehen. Ich kann euren Plan nicht gutheißen. Es hat Verletzte gegeben. Vielleicht sterben noch welche. sagte die Königin. Doch kann ich nicht dulden, dass du zur Heirat gezwungen wirst. Wir dürfen gehen, euer Gnaden? Jawohl. So schnell ihr könnt, bevor ich es mir anders überlege. Eine neue Karte. Lüberischer Mello. Es wurden zwar keine Vorwürfe laut, aber Meewe spürte die enttäuschten Blicke ihrer Untertanen. Im ersten Morgengrauen verließ sie grußlos das Dorf. Ich hoffe, ich habe dem wenigstens die Wahrheit gesagt. Nicht, dass jetzt die Eltern glauben, dass die wirklich vom Branditen entführt wurde oder sowas. Das wäre ja irgendwie uncool. Machen wir mal eine kurze Pause. In ungefähr fünf bis zehn Minuten geht es wieder weiter. Ich muss ein bisschen mich strecken und frische Luft schnappen. Bin gleich wieder da. Arche Angel. Arche Angel, danke fürs Followern. Schön, dass du mit dabei bist. Und bis gleich. Ich bin sofort wieder da. Kl-Klürzen-Moment. Ich bin sofort wieder da. 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 Oder? Oder? Ich bin sofort wieder da. 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 Okay. Machen wir das. Irgendwie kann ich gerade nichts machen. Achso, weil ich noch beim Austauschen bin. Ich könnte noch mehr austauschen, wenn ich wollte. Also wie gesagt, ich brauche jetzt vor allem Stärke eigentlich. Starke Karten, starke Einheiten. Und nicht viele. Ich muss auch keinen Schaden verursachen. Also Jungs, lasst uns die Königin zum Tanz bitten. Bist du verrückt? Nicht... Bleib zurück. Es ist eine Art alchemistisches Gebräu. Mein Geist ist willig, aber... Diese blöden Stiefel. Das könnte jetzt weh tun. Na, super. Aber gut. Moment mal, ich dachte, der bewegt sich jede Runde irgendwo zufällig hin, oder wie? Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Wir kriegen sie alle! Ja. Aber mit den Karten haut das schon hin. Die Jagd läuft! Eine Lektion in Demut. Gleich geht's los. Ich hätte auf meine alte hören sollen. Ah, das hat sich dadurch nicht nach außen bewegt. Damit habe ich nicht gerechnet. Verdammt. Verbessere diese Einheit nach zwei Zügen zu Beginn des Zuges, um die Stärke der stärksten Einheit zu rechten. Überschiebe sie dann auf die gegnerische Seite. Ach, die mag ich nicht, die Karte. Vielleicht können wir dagegen was tun. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein Ziel. Okay. Okay, ich glaube, der Karte ist ziemlich gewonnen, aber es ist immer noch ein bisschen, ja. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Schützer zu Diensten! Der Königin Fähigkeit wieder auf unsere Bauern, glaube ich, oder? Ja, schon. Oder auf den da mal. Nicht, dass der noch kaputt geht. Die Bauern werden ja sowieso super stark. Okay, gleich haben wir ihn. Er hat jetzt auch fast keine Stärke mehr. Insofern wird es sehr leicht. Er muss nur dauernd um sich zu versuchen, sie halt jetzt wieder zu gehen. Aber das schaffst du nicht gehen. Hi, The Cluedo. Guten Morgen. Und hi, Elisabero. Wie geht's? Warum gibt's denn noch? Warum gibt's denn noch? Ich will dir leider nicht sagen. Du wärst besser im Kampf gestorben. Jetzt wartet in Lyra der Henke auf dich. Trefflich. Ich wollte schon immer Lyra sehen. Bringt ihn weg. Als die Soldaten den Herzog der Hunde in Fesseln schlugen, gab es plötzlich Aufruhr. Ein Bote rannte herbei. Verschwitzt, keuchend und nach Blut und Rauch stinkend. In seinem Blick lag blanke Panik. Majestät, Herrin, Nilfgaard hat die Yaruga überschritten. Die schwarzen Horden, Dörfer brennen, es gibt Tote. Nilfgaard? Götter steht uns bei. Sie marschieren auf Dravograd. Prinz Wilhelm, er kann uns nicht rechtzeitig erreichen. Hilft uns. Ihr müsst. Dravograd. Verdammt nochmal. Hör genau zu, Soldat. Nimm dir ein frisches Pferd und reite ebenso schnell zurück zu deinem Kommandanten. Sag ihm, dass die Königin kommt, um den Feind zurückzuschlagen. Herrin, verzeiht. Wir sind nicht viele. Lasst uns zuerst nach Verstärkung schicken, sonst... Renat, ich habe Nilfgaards Triburke in Aktion gesehen. Wenn wir auf Verstärkung warten, bleibt in Dravograd kein Stein auf dem anderen. Wir müssen sofort aufbrechen. Meve stieg auf den Turm des Anwesens, während ihre Männer den Abmarsch vorbereiteten. In der Ferne stiegen schwarze Rauchsäulen auf. Und neue kamen dazu. Noch ein Haus, noch ein Hof. Noch eine Mühle ging in Flammen auf. Tränen stiegen Meve in die Augen. Tränen des Zorns. Bastarde. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie welchen haben. Renat, wir reiten. Ja, es geht schon noch. Ich bin noch einigermaßen wach. Das ist noch kein Problem. Oh, wir haben eine neue Karte bekommen. Die Karte wurde der Mäh hinzugefügt. Breitschwert. Beanspruchung. So, hier gibt es jetzt wahrscheinlich wieder einiges zu plündern. Gold, Gold und Holz. Wenn wir immer brauchen. Die Kroken haben wir, glaube ich, ziemlich viele eigentlich. Jetzt das. Pech bildet gerne Strähnen. Ähm. Achso, warte mal. Lass uns kurz ein Lager aufschlagen. Ich muss kurz Sachen machen. Schauen wir uns mal die neue Befehlskarte an, die wir jetzt bekommen haben. Was macht die denn? Füge einer gegnerischen Einheit und allen weiteren gegnerischen Einheiten mit derselben Stärke vier Schaden zu. Könnte mal ein interessantes Deck daraus machen. So ein bisschen. Achso, hier sind die Briefe. Na gut. Es geht noch. Das kommt bei mir auch noch. Ja, ich glaube tatsächlich immer noch, oder? Es haben einige durchgehalten. So, ich glaube jetzt fast. Dass wir jetzt speichern. Dass ich jetzt nochmal Animal Crossing starte. Weil es ist jetzt 6 Uhr morgens. Das heißt, der Shop hat ein neues Inventar. Die Sachen, die ich gestern bestellt habe, sind da. Man kann einiges machen. Und The Cluedo soll ich doch auch im Stream besuchen. Das machen wir auch. Vielleicht kommen wir später nochmal hierher zurück. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass das in zukünftigen Streams vielleicht auch an Dienstagen dann immer gespielt wird. Kann ich mir gut vorstellen. Mal schauen. Auf jeden Fall speichere ich jetzt mal und gehe ins Hauptmenü. Und wechsle mal das Spiel. Und mache jetzt auch mal ganz kurz den Stream aus. Aber gleich wieder an. Nur damit dann die Videos, wenn ich sie exportiere, nicht so lang werden. Weil das ist immer ein bisschen... Blöd sonst. Also, bin gleich wieder da. Geht sofort weiter. Bis gleich. Ja, ja, genau. 24 Stunden. Seit gestern um Mittag. Seit gestern Mittag um 12. Durchgehend. So. Äh. Bis gleich. 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 Bis gleich.